Ja, vor einigen Wochen hattet ihr die Möglichkeit, bei uns im Community-Tab abzustimmen, welchen TV wir als nächstes testen sollen. Und da ging es darum, dass ihr die Möglichkeit hattet, zwischen zwei Budget-TVs zu entscheiden. Und da habt ihr euch ganz klar für den AG QNED 756RA entschieden. Ein Einsteiger-Budget-TV mit der QNED-Technik aus dem Hause AG. Dies für einen Straßenpreis für um die 650 Euro in 55 Zoll. Ja, und diesen TV habe ich jetzt organisiert, sodass wir hier auf dem Kanal den großen Test durchführen können. Aber bevor wir zu dem großen Review-Video kommen, was in ein paar Wochen erscheint, werden wir jetzt erstmal hier in diesem Video den ersten Eindruck uns vermitteln. In Form von Verarbeitungsqualität, HDR-Spitznelligkeit und Farbqualität. Ja, wenn euch das gefällt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, lehnt euch zurück und ich lege los. Der QNED 756RA gehört zu der absoluten Einsteiger-Klasse der QNED-TVs aus dem Hause AGs. Und die bietet dementsprechend die rudimentäre Grundausstattung. Wir bekommen hier kein 4K 120Hz, kein Dolby Vision, kein VR, kein HDMI 2.1, sondern HDMI 2.0b, 4K 60Hz und dementsprechend auch nur HDR10. Das ist etwas, was wir jetzt hier natürlich dementsprechend aus der Sicht des Preises betrachten sollten. 55 Zoll, 650 Euro ist natürlich schon relativ teuer, wenn man betrachtet, was man bei der Konkurrenz Hisense oder auch TCL bekommt. Dennoch ist es mal spannend zu schauen, was bietet uns AG jetzt mit dem QNED 756RA so rein von der Verarbeitungsqualität, aber auch natürlich von der Bild-Performance her. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit der Verarbeitungsqualität. Und wenn wir uns den QNED 756RA von vorne anschauen, ich muss ja nicht sagen, ein monströser Name, haben wir es jetzt hier mit der Standardkost von AG zu tun. Und das soll auch gar nicht negativ an dieser Stelle klingen, sondern ein sehr schlichtes Auftreten. Wirkt jetzt nicht total irgendwie übertrieben, sondern relativ elegant und subtil gehalten. Und das ist etwas, was ich ehrlich gesagt auch bei diesem TV sehr angenehm finde. Was mir nur so persönlich sehr ins Auge sticht, so im Vergleich zu den anderen AG-TVs oder auch anderen AG-QNED-TVs, ist natürlich der Standfuß, beziehungsweise in diesem Fall die beiden Standfüße in Form der Stelzen, die wir da haben. Ich muss sagen, so rein subjektiv von meiner persönlichen Meinung her, finde ich die jetzt optisch nicht so pralle. Aber das ist ja eine reine Geschmackssache. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich sage, das ist ein bisschen untypisch für den Hersteller, was diese Füße angeht. Aber gut, das ist auf jeden Fall etwas. Der Fernseher steht da drauf, aber sehr sicher. Man hat jetzt nicht das Gefühl, dass er sehr wackelig ist. Aber zu den Standfüßen kommen wir gleich noch. Das dazu schauen wir uns jetzt aber wie immer den TV ein bisschen näher an und beginnen jetzt hier oben wieder an der Kante und schauen uns die Panel-Einfassung an. Und da ist es so, dass wir es auch hier wieder herstellertypisch haben, dass das eine sehr gute Verarbeitung bietet. Auch hier in diesem Einsteigerpreisbereich, dass wir jetzt hier keine großen Panel-Spaltmaßen haben, sondern das Panel ist sehr sauber eingefasst, alles sehr akkurat verarbeitet, kann ich nicht großartig meckern, sehr gut. Ansonsten, wenn wir uns den Display-Rahmen so anschauen, könnte man meinen, es handelt sich um einen Aluminium-Rahmen oder auch Edelstahl-Rahmen. Ist aber in dem Fall nicht der Fall, sondern es handelt sich hier um ein ganz klassisches Kunststoff. Da könnte man natürlich jetzt sagen, ja, ist jetzt vielleicht nicht so dolle, aber ich muss sagen, in diesem Preisbereich, wir haben hier immer noch ein Quantum-Dot-Panel, also ein dementsprechend etwas besseres Panel für die günstigere Preisbereich. Zum Panel kommen wir aber gleich noch. Ist jetzt dieser Rahmen jetzt nicht so weiter kritisch. Also das ist wirklich sehr gut gemacht, ist auch jetzt nicht das günstigste Kunststoff. Dementsprechend will ich das gar nicht so negativ klingen lassen. Aber das auf jeden Fall hier zum Protokoll. Wir haben es jetzt hier nicht mit einem Aluminium- oder Edelstahl-Rahmen zu tun, ist aber soweit in Ordnung. Okay, wenn wir uns den Fernseher schon weiter hinten anschauen, dann können wir uns natürlich jetzt nochmal ganz kurz um das Panel kümmern. Hierbei handelt es sich natürlich dementsprechend AG-typisch um ein IPS-Panel, zumindest das, was mir aktuell an Informationen vorliegt. Das werden wir für das große Review natürlich dann nochmal genauer nachprüfen. Kann sein, dass ich da nochmal auf ein anderes Ergebnis komme. Aber aktueller Stand ist, dass es sich hier um ein 4K 60 Hertz IPS-Panel handelt, dementsprechend mit der Quantum-Dot-Technik. Das heißt, wir haben hier dementsprechend es nicht mit einem klassischen Nano-Zell-TV zu tun, sondern einem Nano-Zell-TV kombiniert mit der Quantum-Dot-Technik. Okay, das zum Panel. Schauen wir uns jetzt weiter unten den TV an. Und dann beginnen wir von unten links und arbeiten uns weiter nach in die Mitte. Und da schauen wir uns hier dementsprechend die Verblendung an. Und da ist es jetzt auch so, dass der AG hier an dieser Stelle kein Metall verbaut hat, sondern auch natürlich Kunststoff. Was wir hier natürlich jetzt wieder sehr auffällig sehen, ist dieser Standfuß. Da ist es so, dass tatsächlich das AG so gemacht hat, dass der Standfuß in der Front aus Metall besteht. Das sieht erst aus wie so ein komisch lackiertes Kunststoff. Nein, das ist tatsächlich Metall. Wirkt auch sehr wertig. Da muss ich sagen, sehr gut gemacht. Hinten, das werden wir uns gleich noch anschauen, wird das Metall technisch ein bisschen weniger. Da werden wir dann mit Kunststoff konfrontiert. Aber so an der Front, da wo man den Fernseher als erstes sieht, haben wir es hier mit Metall zu tun. Und das ehrlich gesagt finde ich sehr gut. Okay, schauen wir uns den TV jetzt weiter mittig an. Da haben wir natürlich an der Stelle die Status-LED und entsprechend natürlich auch verbaut die Sensorik für Helligkeitssensoren, Infrarotsensoren und so weiter. Ganz typisch AG, typisch in der Mitte verbaut. Ja, und weiter rechts haben wir dann natürlich den zweiten Stelzenstandfuß, welcher verarbeitungsqualitätstechnisch natürlich genauso ist wie der linke und natürlich das kleine AG QNED Logo. Okay, damit haben wir uns die Vorderseite des AG QNED 756RA angeschaut. Schauen wir uns nun die Rückseite an. Und wenn wir uns die Rückseite des TVs so anschauen, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ein wenig überrascht. Was meine ich damit? Denn wir haben uns ja vor kurzem hier auf dem Kanal das nächst größere Modell angeschaut und zwar den QNED 826RA. Und damals habe ich daran kritisiert, dass er keine Metallrückwand hat, so wie sein Vorgänger. Und jetzt sehe ich hier bei dem 756 tatsächlich eine volle Metallrückwand. Es sieht mir so aus wie Blech, aber tatsächlich ist das hier kein Kunststoff, sondern Metall. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr löblich finde. Und das gibt der gesamten Sache ein etwas wertiges Feeling und sehe ich immer sehr begrüßenswert. Aber schauen wir uns das Ganze ein bisschen genauer an. Da kann man das nämlich noch schöner sehen. Und dann wollen wir uns nämlich den Unterschied jetzt hier zwischen dem Kunststoffrahmen anschauen, welcher von der Qualität her, wie gesagt, vollkommen in Ordnung ist, wenn er auch ein bisschen kratzeranfällig ist. Aber dennoch haben wir es hier jetzt nicht mit dem minderwertigsten Kunststoff zu sehen. Ich weiß nicht, ob der Kameramann das jetzt noch einfangen kann. Das hat man nämlich bei der Front vergessen. Da haben wir hier nämlich ein paar Kratzer drin. Ich frage mich ehrlich gesagt, den haben wir ja heute Nachmittag ausgepackt, wie die da reingekommen sind. Ich hoffe, man sieht es. Auf jeden Fall sieht man hier ganz gut den Unterschied zwischen diesem Kunststoffrahmen und dem Metall, der Rückwand. Und das ist etwas, was man hier sehr deutlich sehen kann, dass es sich wie hierbei um Metall handelt. Und das ist wirklich sehr gut verarbeitet. Auch hier schön reingeschraubt, nichts reingeklippt oder irgendwie verklebt, sondern sauber reingeschraubt, so wie sich das gehört und hat dementsprechend natürlich so rein von der Optik her, macht das ein bisschen mehr her, als wenn das einfach nur reiner Kunststoff ist. Gut, kann man natürlich darüber streiten, ob jetzt die Rückwand jetzt unbedingt aus Metall sein muss und so weiter. Aber ich sehe, so bei bestimmten Preisklassen sollte es schon etwas hochwertigeres Material sein. Und zwischen Kunststoff und Metall ist für mich Metall ganz klar das höherwertigere Material. Okay, das auf jeden Fall zur Rückwand finde ich sehr gut. Gut, ansonsten sehen wir natürlich dementsprechend rein obligatorisch hier die Weser-Wandhaltere-Möglichkeit. Also ihr habt auch die Möglichkeit, den TV natürlich an die Wand oder an einen Standfuß zu hängen. Wird euch zum Beispiel die, ich sage mal, relativ interessant aussehenden Standfüße nicht gefallen. Und die würde ich uns jetzt nochmal, würden wir uns jetzt nochmal von genauer anschauen, von nähern. Da habe ich euch ja schon erzählt, dass wir es jetzt hier mit unterschiedlichen Materialien zu tun haben. Und auf der Front ist es für die Optik Metall, was ich ja wie gesagt sehr ordentlich finde. Aber wir haben es jetzt hier entsprechend mit Kunststoff zu tun. Das ist aber ein sehr dickes Kunststoff, was ihr hier jetzt auch noch ein bisschen als Kabelführung nutzen könnt. Im Lieferumfang sind da auch noch so Abdeckungen dabei, die wir jetzt hier für die Präsentation nicht drauf gesetzt haben. Da könnt ihr natürlich die Stromkabel zum Beispiel jetzt hier wegführen lassen. Oder auf der anderen Seite HDMI-Kabel und so weiter. Viele Kabel gehen da jetzt natürlich nicht rein, aber ich finde es gut, dass diese Standfüße immerhin dafür gemacht sind, dass man jetzt nicht, da der Fernseher ja so ein bisschen schwebt über das Board, die Kabel nicht damit entsprechend zu sehen sind, wenn man ihn fest installiert. Ansonsten haben wir es hier mit einem sehr dicken Kunststoff zu tun, welches aber von der Qualität her vollkommen ausreichend ist. Und auch von der Stabilität her ist es so, dass der Fernseher sehr sicher steht. Wenn ich jetzt hier wackele, seht ihr, dass der Tisch eher mitwackelt, als dass der Fernseher jetzt hier sich irgendwie beirren lässt. Das finde ich ehrlich gesagt vollkommen in Ordnung und so kann man auch ganz gut einen Standfuß realisieren. Rein optisch, wie gesagt, da kann man an dieser Stelle drüber streiten. Ja, mit der Rückseite sind wir noch nicht ganz fertig, denn wir haben uns natürlich noch nicht die Anschlüsse angeschaut und da machen wir jetzt weiter. Und da beginnen wir jetzt hier auf der linken Seite mit dem ganz klassischen Stromanschluss, in diesem Fall ein Euro-Stecker-Anschluss mit einem beigelieferten Kabel. Das ist etwas sehr Schönes tatsächlich, dass wir jetzt hier ein modulares Kabel haben, nicht so wie bei den AG OLED TVs, wo es der Fall ist, dass dort das Kabel fest verbaut ist. Hier finde ich schön, dass wir ein mitgeliefertes Euro-Kabel natürlich haben, was wir hier modular anschließen können. Eine sehr, sehr schöne Sache, wenn man zum Beispiel den TV an die Wand hängen möchte und ein längeres Kabel verbauen will, zum Verbauen des Kabel, zum Beispiel in einem Kabelkanal oder in der Wand, ist das sehr, sehr angenehm, was ich hier sehr gut finde. Okay, das dazu machen wir jetzt aber weiter mit dem interessanten Teil und zwar mit der I.O.-Seite, mit den HDMI-Anschlüssen und so weiter. Und da beginnen wir ganz oben mit dem USB-Anschluss. Dabei handelt es sich um USB 2.0 mit 480 Megabit pro Sekunde. Das ist ein ganz klassischer Anschluss. Da habt ihr die Möglichkeit, mit USB-Sticks zum Beispiel Fernsehinformationen aufzuzeichnen und so weiter oder auch Mediendateien abzuspielen vom USB-Stick. Externe Festplatten würde ich da jetzt nicht unbedingt dran anschließen. Die Stromleistung wird wahrscheinlich dafür nicht ausreichend sein. Es sei denn, ihr habt eine externe Festplatte mit einem extra Netzteil. Okay, das zu dem USB-Anschluss. Machen wir weiter mit dem Port da drunter und dem CI-Karten-Modul-Slot. Da könnt ihr dann euer CI-Karten-Modul einlegen, entsprechend mit der Karte, um zum Beispiel Fernsehsender zu entschlüsseln. Gut, das dazu machen wir jetzt weiter mit der Sektion da drunter. Da haben wir es hier mit viermal den gleichen HDMI-Anschlüssen zu tun und zwar viermal HDMI 2.0b mit 18 Gigabit pro Sekunde. Das ist fernsehtypisch, ich sag mal passend zu dem Fernseher, der hier nur 4K 60Hz unterstützt, macht es natürlich auch Sinn hier, dass kein HDMI 2.1 verbaut ist. Dementsprechend sind die Anschlüsse natürlich limitiert auf 4K 60Hz und dem Auto-Low-Laticy-Mode. Dinge wie VR, AMD Freezing Premium als auch Nvidia G-Sync werden an dieser Stelle nicht unterstützt. Das Einzige, was der HDMI 2.1 technisch hat, ist ein HDMI 2 und zwar der eARC-Anschluss. Das ist ein sehr wichtiges, interessantes Detail. Darüber habt ihr die Möglichkeit, zum Beispiel Dolby Atmos über eARC an euren AV-Receiver oder auch Soundbar weiterzuleiten. Dolby Atmos ist jetzt hier noch ein ganz wichtiger Stichpunkt. Und zwar ist es so, dass der Fernseher Dolby Atmos nur über das HDMI-Kabel weiterleiten kann an das externe Audio-Gerät. Und intern verarbeiten kann er es tatsächlich nicht. Auch ist mir bis jetzt nicht bekannt, laut Datenblatt, dass er eine DTS-Unterstützung hat. DTS unterstützt der Fernseher wohl ebenfalls nicht. Das werde ich dann aber im großen Review-Video nochmal nachprüfen, ob er DTS unterstützt oder nicht. Laut Datenblatt kann ich das aktuell nicht nachvollziehen. Okay, das dazu machen wir jetzt weiter mit der unteren Kante. Und dort haben wir jetzt natürlich noch ein paar Anschlüsse. Da beginnen wir auf der rechten Seite mit dem weiteren USB-Anschluss. Genau das gleiche wie oben, USB 2.0 zum Betreiben von USB-Sticks und so weiter. Daneben haben wir dann den Twin-Tuner. Da habt ihr die Möglichkeit dann einmal terroristisches Fernsehen zu empfangen oder Kabelfernsehen. Als auch natürlich eure Satellitenanlage anzuschließen für Satelliten-TV und so weiter. Daneben haben wir dann einen klassischen Ethernet-LAN-Anschluss mit 100 Megabit pro Sekunde. WLAN-Onboard hat dann natürlich auch. Dementsprechend habt ihr die Möglichkeit, entweder über diesen Anschluss per Kabel den Fernseher mit eurem Internetanschluss zu verbinden. Oder natürlich auch per WLAN. Und daneben haben wir noch ganz klassisch einen TOS-Link-Anschluss, einen optischen digitalen Audio-Ausgang. Darüber habt ihr dann die Möglichkeit, eure externe Anlage per optische Kabel zu verbinden, um PCM 2.0 und Dolby Digital 5.1 weiterzuleiten. Okay, das zur Verarbeitungsqualität als auch zu den Anschlüssen. Machen wir nun weiter mit unseren ersten Messergebnissen bezüglich Haar der Spitzenerlichkeit und Farbqualität. Und hier ist es sehr, sehr wichtig zu wissen, dass es sich hierbei um unsere ersten Messdaten handelt. Wir haben den TV heute Nachmittag aufgebaut, in Betrieb genommen und vermessen. Und einfach, einfach zu schauen, wo geht die Reise ungefähr hin mit dem AGQ NED 756R. Wenn ihr tiefgreifende und detaillierte Messdaten haben wollt, müsst ihr auf unser Review-Video warten, welches in ein paar Wochen hier auf unserem Kanal erscheint. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig zu wissen. Es geht einfach nur darum, um zu schauen, was können wir ungefähr erwarten. Und da beginnen wir jetzt mit der HDR-Spitzenhelligkeit. Und hier haben wir die HDR-Spitzenhelligkeit im Filmmaker-Mode gemessen, dementsprechend mit Norm-Einstellung von Warn 50, sodass wir ungefähr die 6500 Kelvin anpeilen. Und hier ist es so, dass der LG-TV in einem 1%-Testfenster eine HDR-Spitzenhelligkeit von gut 430 bis 450 Nits liefert. Das ist ehrlich gesagt für so ein LED-TV in dieser Preisklasse und in 1%-Testfenster ehrlich gesagt eine sehr solide und gute Leistung. Da kann man ehrlich gesagt nichts gegen sagen. Die TCL-Konkurrenz, die wir vor kurzem hier auf dem Kanal hatten, hatten auch ungefähr die gleiche Lichtleistung mit einem wesentlich besseren Panel. Das auf jeden Fall dazu. Gut 430 bis 450 Nits im 1% kann sich sehen lassen. Machen wir nun weiter mit dem 10%-Testfenster, dem Standard-Testfenster. Und hier kann man den Fernseher schon ein bisschen besser einordnen. Hier liefert der Fernseher eine HDR-Spitzenhelligkeit von gut 530 bis 550 Nits. Das ist etwas für diesen Preisbereich. Da gibt es in der Konkurrenz, im Konkurrenzbereich schon Fernseher, die ein bisschen mehr liefern. Auch der genannte TCL-QM8B, der liefert hier im 10%-Testfenster für gut 150 Euro mehr schon fast 1.000 Nits. Da ist der EG so ein bisschen hinten dran. Und gut 550 Nits ist für ein LED-TV, was die HDR-Spezifikation an sich angeht, auch ehrlich gesagt ein bisschen schwacher auf der Brust. Ein bisschen mehr wäre hier tatsächlich etwas besser, da LED-TVs gut 1.000 Nits liefern sollten für ein richtig gutes HDR-Erlebnis. Gut, 550 Nits ist erstmal soweit zum Stehenlassen. Wenn ihr ein bisschen mehr Lichtleistung haben wollt, könnt ihr natürlich in den Lebhaft-Modus wechseln. Da fährt er gut bei 9.000 Kelvin, da liefert er 600 Nits. Das ist aber etwas, was man mit dem menschlichen Auge nicht sehen kann und kann ich euch auch wirklich nicht empfehlen, wenn ihr eine akkurate Bilddarstellung haben wollt. Ansonsten muss ich sagen, die HDR-Spitzenlichtleistung ist jetzt eher so lala. Okay, das zur HDR-Spitzenhelligkeit. Machen wir nun weiter mit den ersten Messdaten bezüglich der Farbqualität. Gemessen haben wir hier den Filmmaker-Mode im BT-709-Farbraum und das im SDR-Betrieb. Also ganz klassisch, um einfach mal so einen ersten Eindruck zu vermitteln. Okay, schauen wir uns das Ganze an und wenn wir uns das Ganze anschauen, muss ich sagen, ist es so LG-LED-typisch. Was meine ich damit? Ich meine, ihr seht es auch gerade selber. Sehr grünlich, rötig durchzeichnet mit einer starken Blausenke drin. Das ist etwas, was ich hier vor allem in diesem Fall recht kritisch beäugen muss, zumindest bei der ersten Messung. Da kann man schon sagen, holy shit, das ist ein bisschen kritisch. 15 bis 20 Prozent weniger Blau im Vergleich zur Normlinie, im Vergleich zum Rot und Grün. Das ist schon eine ganz schöne Kampfansage, wodurch das Beet sehr unnatürlich und sehr flach wirkt in der Darstellung. Das Beet ist sehr grünlich, rötlich, sehr warm. Etwas unnatürlich wirkt das Ganze. Also da muss ich schon sagen, das ist jetzt nicht unbedingt der Hit. Eine professionelle Kalibierung wäre jetzt hier natürlich sinnvoll, aber wobei ich sagen muss, dass die drei Primärfarben jetzt hier sehr linear zueinander fahren. Das heißt, eine kühlere Farbtemperatureinstellung könnte hier unter Umständen schon Besserung liefern. Das werde ich aber dann im großen Review-Video nochmal genauer nachprüfen. Auf jeden Fall, so wie es jetzt in dieser Stelle jetzt hier zu diesem Zeitpunkt ist, würde ich schon sagen, naja, die Abstimmung ist jetzt eher so, naja, schon kritisch zu bezeichnen. Das gleiche sehen wir dann auch in der D65-Messung gemäß der 6500 Kelvin für das perfekte Warmweiß. Und da ist es natürlich so, dass der TV jetzt hier keine perfekten 6500 Kelvin liefert, sondern ungefähr 5900 bis 6000 Kelvin. Das spiegelt genau den Eindruck wieder, dass das Beet einfach zu warm wirkt. Das sieht man mit dem bloßen Auge ganz sofort, dass das Beet sehr, sehr warm, sehr rötlich, grünlich wirkt. Also so von der Abstimmung her muss ich sagen, ist der AG QNED 756R im Filmmaker-Mode im SL-Betrieb eher kritisch zu beäugen. Okay, dann würde ich sagen, ist es jetzt Zeit für ein erstes Fazit. Und ich muss ganz, ganz ehrlich mit euch sagen, er liefert genau das ab, was ich auch irgendwo erwartet habe von diesem Fernseher, von diesem Hersteller in dieser Preisklasse. Was meine ich damit? Ein grundsolides Auftreten, was die Verarbeitungsqualität angeht. Keine großen Ausreißer, wo ich sage, boah, das geht absolut nicht, sondern das, was man erwartet. Eine wirklich solide, subtile Darbietung mit einem schönen Auftreten und einer schönen Metallrückwand, was ich persönlich sehr gut finde. Von der Ausstattung her, absolute Grundkost, Firma HDMI 2.0b, 4K 60Hz, HDR10, das war's. Kein Dolby Vision, kein 4K 120Hz und auch kein HDMI 2.1, VR, G-Sync, FreeSync haben wir natürlich auch nicht. Da muss man ehrlich sagen, in dieser Preisklasse gibt es schon Fernseher, die hier die Vollausstattung liefern. Da liefert der AG hier wirklich gar nichts von. Von der HDR-Spitzenlichtleistung, auch da ist er jetzt wirklich nicht unbedingt überragend, auch nicht in dieser Preisklasse. Gut 500 NIT im Filmmaker-Mode im 10% Testfenster ist jetzt nicht unbedingt super gut. Da wären 700 bis 800 NIT vielleicht besser gewesen. Es gibt nämlich in diesem Preisbereich auch schon OLED-TVs, die ungefähr die gleiche Lichtleistung oder ein bisschen mehr liefern. Und bei OLED-TVs ist es so, dass die auch mit weniger Lichtleistung einen deutlich besseren HDR-Effekt liefern können, aufgrund des unendlichen Kontrastes. Da ist der AG QND-TV jetzt hier ganz schön hinten an. Mit gut 500 NIT kann man ihn nicht unbedingt als sehr guten HDR-TV bezeichnen. Ehrlich gesagt, absolute Einsteigerkost. Was die Farbabstimmung angeht, da muss ich wirklich schon ganz kritische Töne äußern. Die sehr rötlich-grünliche Durchzeichnung des Filmmaker-Mode zum SCL-Betrieb ist sehr kritisch. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, es sind die ersten Messerdaten, es sind die ersten Eindrücke. Da würde ich nochmal unser großes Review-Video abwarten, wo ich dann noch genauer und tiefgründiger die ganze Sache analysiere. Okay, dementsprechend würde ich sagen, der AG QND-TV 756R ist zum ersten Eindruck eher so eine durchschnittliche Fahrt. Okay, dementsprechend würde ich sagen, sind wir jetzt am Ende dieses Videos angekommen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr in Zukunft solche spannenden Videos wie dieses hier nicht verpassen wollt, solltet ihr das kostenlose Abonnieren unseres Kanals nicht vergessen, sowie das Aktivieren der Glocke. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt eine schöne TV-Zeit und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut! Macht es gut!